Mittlerweile ist sogar schon der zweite Trainingstag Geschichte. Die erste Fahrt war wirklich nur knapp über eine Stunde unterwegs, 30 Kilometer. Heute war es schon wieder ein bisschen voller, 3,8 Kilometer bin ich geschwommen in der Früh, 30x100 bei 1,45 ab, um die so 1,23, 1,25, 1,24 geschwommen. Hier war vom Aufwand nicht so extrem, aber auch ein 25-Meter-Pool und die ersten paar Tage wollen wir auch mit meiner verdankenden Erkältung noch ein bisschen vorsichtig sein, so ein bisschen Schleim hängt immer noch drinnen, von daher alles locker die Tage. Die Radfahrt sah dann so aus, dass insgesamt dann 2 Stunden 40 waren. Waren dann vielen schönen Orten, die jetzt mittlerweile, dadurch dass ich letztes Jahr schon da war, nicht mehr ganz so unbekannt sind, aber das war auf jeden Fall cool, sind auch heute in der Gruppe zusammengefahren, mit dem Rest der Gang und gerade eben noch mal einen Dauerlauf gemacht, 10,4 Kilometer, auch ganz locker, ein bisschen hoch und runter. Man hat hier direkt vom Hotel eigentlich echt ganz gute Laufstrecken, also jetzt so für eine 10 Kilometer Runde, ich musste zwar auch ein bisschen zick zack zack dann laufen, weil ich mich noch nicht so gut auskenne, aber ich denke, das wird im Laufe der nächsten ein paar Einheiten sich dann auch schnell ändern. Ich mache es dann meistens so, dass ich mir anschaue, wo ich gelaufen bin auf Strava und wo ich vielleicht noch mal einen Trampelweg hätte abwiegen können oder länger laufen. Ja, morgen geht es in der Früh auch wieder ins Becken, ich weiß ehrlich gesagt gerade noch gar nicht auswendig, weil ich nicht nachgeschaut habe, was draufsteht, aber morgen früh wieder ins Becken, dann drei Stunden Radfahren und abends dann 14 Kilometer Lauf mit den letzten zwei Kilometern ein bisschen flotter. Ja, also das auf dem Plan für morgen und da bin ich mal gespannt, wie die nächsten paar Tage vom Trainingsplan her aussehen. Wie gesagt, wir sind immer noch ein bisschen vorsichtig, was die Erkältung angeht, ich bin aber guter Dinge. Mit dem gesagt, möchte ich jetzt direkt duschen gehen, verabschiede mich für dieses Video und ja, bedanke mich beim Zuhören und bedanke. In diesem Sinne, in diesem Sinne bedanke ich mich beim, hier hinter uns sind, ist direkt der, hier hinter uns ist direkt der Pool, wie ihr am Anfang vom Video ja schon gesehen habt, hier haben wir Blick auf den Pool und aufs Meer, eigentlich echt ganz cool. Gerade eben sind noch ein paar, ich glaube italienische Nachwuchs-Triathleten im Wasser, also ist es auch hier doch recht sportlich, aber nicht ganz so krass wie im Club La Santa am anderen Ende der Insel, wo wir letztes Jahr waren. Ja, bisher so die ersten Tage, finde ich ganz cool hier. Und ja, das war's mit dem Video für heute, bedanke mich beim Zuschauen, vielen Dank dafür und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!